Ein herzliches Willkommen zurück aus der Pause, meine Damen und Herren. Ich kann Ihnen versichern, es lohnt sich, die Privatgespräche nochmal für eine gute Stunde zurückzustellen. Danach haben wir noch genug Gelegenheit, auf dieses schöne Datum der 40 Jahre Begabtenforderung anzustoßen. Jetzt haben wir wiederum Zeit, uns sowohl den Chancen als auch den Problemen, die wir für die nächsten 40 Jahre haben, zuzuwenden. Ich kann Ihnen deshalb garantieren, dass es sich lohnt, die Privatgespräche zurückzustellen, weil ich ein interessantes Podium von Menschen um mich herum versammelt habe, die ich Ihnen natürlich gerne als allererstes vorstellen möchte. Zu meiner Linken, Frau Dr. Barbara Bludau. Sie sind am Niederrhein geboren, haben sich dann, wie ich gelesen habe, nach verschiedenen Überlegungen, andere Dinge zu studieren, doch dafür entschieden, Rechtswissenschaft zu studieren und haben dann eine, wie man sagt, klassische Verwaltungskarriere hingelegt. Im Übrigen auch eine in der FDP, wo Sie Mitglied des Bundesvorstands waren. Die Station Ihrer beruflichen Karriere führten Sie zunächst nach Köln, wo Sie Vizepräsidentin der Polizei waren. Waren Sie da die erste Frau in diesem Amt oder gab es schon, aha, natürlich. Weiter waren Sie, das weiß ich, dass Sie da die erste waren, später Staatsrätin in Hamburg für Inneres und Justiz und Wissenschaft. Danach wiederum haben Sie 16 Jahre lang als Generalsekretärin bei der Max-Planck-Gesellschaft gearbeitet und diesen Posten 2011 aufgegeben. Und jetzt arbeiten Sie als Anwältin in München. Und im Februar, das möchte ich nun auch noch erwähnen, wurden Sie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Dann wechsle ich auf meine rechte Seite, da ist Prof. Dr. Martin Neumann. Sie sind im Spreewald geboren, in Fettschau, sind Ingenieur, haben in Dresden und Cottbus studiert. 1987 haben Sie eine Promotion abgeschlossen zur, das fand ich sehr schön, den Titel, deswegen muss ich ihn erwähnen, Untersuchung des Wärmedämmverhaltens schwerer hinterlüfteter Außenwandkonstruktionen. Diesem Themengebiet sind Sie dann auch treu geblieben, damit haben Sie immer noch zu tun. Sie arbeiten als Sachverständiger und als Energieberater und sind seit 1999 Professor an der FH in Magdeburg. Für die FDP sitzen Sie im Bundestag und sind forschungspolitischer Sprecher der FDP. Herzlich Willkommen. Dann wechsle ich wieder auf meine linke Seite zu Mehmet Maimail. Sie sind geboren in Berlin und sind Berlin eigentlich auch bis vor anderthalb Jahren konstant treu geblieben, wenn ich das richtig sehe. Sie halten ein BA von der Hochschule Wirtschaft und Recht in Berlin und sitzen gerade an Ihrem Master in International Business Management an der FH in Aachen. Sie sind seit 2009 Stipendiat der Friedrich-Naumann-Stiftung. Herzlich Willkommen. Und es geht wieder auf die andere Seite. Da haben wir Frau Katja Urbatsch. Wie ich gerade gehört habe, auch eine Nordrhein-Westfälin, eine aus der Nähe von Gütersloh stammend. Sie haben Nordamerika-Studien, BWL, Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert, an der FU Berlin, promovieren in Amerikanistik an der Universität Gießen und haben 2008 und daher werden Sie den meisten ein Begriff sein, die Initiative arbeiterkind.de gegründet. Diese Initiative ist mit diversen Preisen gewürdigt worden und Sie arbeiten dort als Geschäftsführerin. Herzlich Willkommen. Und jetzt bleibe ich auf dieser Seite bei Prof. Dr. Ernst Hany. Er ist Professor für Pädagogisch-Psychologische Diagnostik und Differenzielle Psychologie. Sie sind gebürtiger Niederbayer, haben Psychologie studiert in München, dort promoviert und sich auch habilitiert. Seit 1999 sind Sie Inhaber der Professur mit dem lang schon genannten Titel, zunächst an der FH Erfurt und dann, als die PH integriert wurde, an der Universität Erfurt. Seit März 2012 sind Sie Direktor der Erfurt School of Education, auch ein Teil der Universität Erfurt. Zu Ihren Forschungsschwerpunkten gehört die Begabtenförderung und die Potenzialdiagnostik. Darauf werden wir natürlich noch zurückkommen. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. So, nach der Vorstellungsrunde werde ich jetzt mit allen Konventionen brechen. Da wir aber über die Zukunft reden, ist das kein Problem und deshalb beginne ich bei dem Jüngsten, auch noch dem Jüngsten. Herr Maymar, erzählen Sie uns, also Ihrem Namen nach kann man das ja schon ersehen, dass es nicht der typisch deutsche Nachname ist. Sie sind Deutsche, Ihre Muttersprache ist Türkisch. Erzählen Sie uns mal ein bisschen von Ihrem Werdegang. Mir ist nämlich auch aufgefallen, Ihr Lebenslauf ist nicht nur, weil Sie sich in vielen Bereichen engagiert haben, sehr lang, sondern auch, weil eine ganze Reihe Technik... Ah, Sie sagten nur, Ihr Lebenslauf ist auch deshalb so lang, weil bei Ihnen schon in dem Bereich, wo sonst manchmal nur eine Schule steht und dann irgendwie ein Abitur und ein Studium, da ist es bei Ihnen ein bisschen länger und ich hätte gerne, dass Sie uns mal von diesem Werdegang erzählen. Okay, ich fange damit an. Ich bin als Türke geboren und habe dann die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen, weil ich studieren wollte. Das ging ein bisschen leichter mit der deutschen Staatsbürgerschaft. Das dazu. Zur schulischen Bildung, ganz ehrlich, Ich weiß nicht, wie viele Schuljahre es waren, aber es waren harte Schuljahre. Das kann ich schon mal sagen. Ich habe in der Grundschule schon angefangen, in der Vorschule, war nach zwei, drei Tagen Begrüßung, dass ich von der Lehrerin geschlagen wurde. Ich habe eine Schelle bekommen, als Begrüßung, glaube ich. Ich weiß immer noch nicht, warum, wieso, weshalb, aber ich habe damit angefangen. Ich habe die Schule so wahrgenommen. Ich bin in die Schule so reingekommen, also mit einem 6 zu 0. Habe ich hinten angefangen. Ich hatte kein gutes Gefühl. Ich habe nie eine Verbindung zur deutschen Schule positiv empfunden. Und es ging immer weiter so, dass ich in der Oberschule von den Lehrern schikaniert wurde. Wir hatten einen BK-Lehrer, den liebe ich am meisten. Was ist ein BK-Lehrer? Bildung und Kunst. Bildung und Kunst, sorry. Der hat mich immer gefragt, ob ich gelernt habe. Und wenn ich Nein gesagt habe, haben wir eine Hausaufgabenkontrolle geschrieben. Ja, und dann ist jeder zu mir gekommen und hat mich immer gefragt, bevor wir in den Unterricht gegangen sind, ob ich gelernt habe. Ja, es ging aber noch weiter. Er ist so weit gegangen, dass er mich versucht hat, in der 9. Klasse nicht weiterkommen zu lassen. Er hat an einem sonnigen Tag mir gesagt, Mehmet? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann meinte er, das heißt, ja bitte. Minus. Und ja, es geht noch weiter. Und dann hat er mich nochmal nach meinem Namen gerufen, im Unterricht, nach 10 Minuten. Und da habe ich gesagt, ja bitte. Und dann meinte er, hat deine Erinnerung überhaupt gesagt, dass du reden sollst, Kleiner? Okay, dann habe ich wieder ein Minus bekommen. Und zum Schluss, fünf Minuten vor der, vor Unterrichtsende, hat er wieder nach meinem Namen gerufen. Und diesmal habe ich gar nicht reagiert. Dann hat er mir gesagt, ja, Arbeitsverweigerung, da kriegst du deine verdiente 6. Drei Minus sind 6. Und so bin ich sitzen geblieben in der 9. Klasse. Ja, und als ich dann die 9. Klasse wiederholt habe, bin ich dann, habe ich es geschafft, in die 10. Klasse zu kommen. Und dann hat man mir angeboten, dass ich den Hauptschulabschluss nehme. Ich war auf einer Realschule, nochmal zur Info. Und man hat mir gesagt, ich soll aufhören, hier irgendwie zu, keine Ahnung, irgendwie Spaß zur Schule zu kommen. Ich hatte auch nie Lust. Ich habe sehr oft geschwänzt durch halt diese Schikanierung der Lehrer. Das war mehr psychische Belastung, mehr als, dass ich irgendwas gelernt habe, Mathematik oder so. Hatten Sie denn das Gefühl, es liegt an Ihrer türkischen Herkunft? Ehrlichkeit? Ja. Es war so. Es war so. Ich hatte das auch mit der Musiklehrerin. Sie war Griechin. Und ich habe meinen Fuß an die Wand gelehnt. Und ich musste den Hof fegen. Ich musste die Klassenzimmer fegen. Ich habe alle Musikinstrumente im Musikschrank geputzt. Ich habe sogar die Stühle und die Tische bemalt. Ich habe alles gemacht. Das ist jetzt gar nicht so beabsichtigt, dass sie in der Saft abgedreht wird. Ja, das geht noch weiter. Ja, aber vielleicht etwas im Zeitraffal. Sie sind ja dann irgendwann durch verschiedene Schullaufbahnen und Stationen haben Sie sich ja immer weiter fortgebildet. Und gab es denn dann später in dem Verlauf Menschen, die Sie gefördert haben? Es gab diese Menschen. Es war auch in der weiterführenden Schule, dass ich auch da mit diesen Schikanen zu tun hatte. Aber als ich an die Hochschule gekommen bin, wurde ich immens, immens gefördert. Man hat in mir das Potenzial gesehen und man hat mich überall hingeschickt, zu Podiumsdiskussionen, zu Veranstaltungen. Man hat mir Phänetikunterricht bezahlt. Die Hochschule hat das für mich bezahlt. Ich habe einen Mentor bekommen. Ich wurde vorgeschlagen für ein Stipendium. Und ehrlich gesagt, ich wurde positiv diskriminiert, sozusagen, weil ich halt Deutscher mit Migrationshintergrund war. Und die... Darauf wäre ich sonst auch noch gekommen. Fühlen Sie sich denn auch so als das Vorzeigemigrantenkind? Nein, warum? Ich habe damit kein Problem. Bei mir war das halt der Drang nach Wissen, der Drang, dass ich es schaffen werde, dass ich nicht irgendwann mal so Ende, wie es mein Lehrer mir prognostiziert hat. Ich wollte was erreichen in meinem Leben. Egal, was die anderen über mich gedacht haben. Die haben mich für dumm abgestimmt. Die haben mir gesagt, ich habe mich sprachbehindert. Und da habe ich gesagt, ich habe weitergemacht. Eine letzte Frage noch dazu. Haben Sie Geschwister? Ja, zwei. Was machen die? Meine Schwester hat an der TU Berlin BWL studiert, arbeitet seit sechs, sieben, acht Jahren. Und mein kleiner Bruder, der macht seine Ausbildung als Einzellandeskaufmann, arbeitet nebenbei und ist Komparsendarsteller. Der Kleine ist sehr raffiniert. Gut, vielen Dank schon mal. Frau Urbert. Erste Frage würde ich normalerweise so nicht stellen. Was machen Ihre Eltern? Meine Eltern haben beide eine Ausbildung gemacht als Bankkaufleute und danach waren sie auch eine Zeit lang selbstständig. Also viele fragen ja, sind Sie überhaupt ein richtiges Arbeiterkind? Da würde ich natürlich sagen, im engen soziologischen Sinne, ich glaube, es sind auch ein paar Professoren aus der Soziologie, hier stimmt das natürlich nicht. Aber entscheidend war eben in meiner Familie, dass vorher niemand studiert hatte. Und deswegen auch jeder die Erwartungen an mich und meinen Bruder hatte, dass wir auch eine Ausbildung machen. Und Studium, da gab es einfach keinen, der das einfach in unserem Familienkreis mal an uns herangetragen hätte. Und deswegen habe ich eben auch Arbeit der Kindle gegründet, weil ich gemerkt habe, in meiner Familie habe ich keine Vorbilder gehabt. Das lag für mich nicht nah. Und als ich dann drüber nachgedacht habe und mein Bruder auch, wussten wir nicht so richtig, wie fangen wir das eigentlich an, was gibt es da für Möglichkeiten. Ich habe sehr spät von Stipendien erfahren, da war es im Studium für mich schon zu spät. Hinterher als Doktorandin habe ich zum Glück noch ein Promotionsstipendium bekommen. Aber das hat mich einfach sehr beschäftigt, dass ich all diese Informationen nicht hatte, dass ich nicht so eine starke Ermutigung hatte. Und auch an der Hochschule habe ich eben gemerkt, dass viele um mich herum sind, die aus akademischen Familien kommen, dass das für die selbstverständlich ist, an der Hochschule zu sein, dass sie ein ganz anderes Selbstbewusstsein haben, eine andere Sprache sprechen und habe mich da auch öfters ein bisschen verloren gefühlt. Und dann steht man so, wenn man die Erste ist in der Familie, die studiert, zusammen mit meinem Bruder, der ist eng genommen ganz der Erste, steht man so ein bisschen zwischen den Stühlen, so zwischen der Familie, die immer sagt, was machst du denn da und du legst deinen Eltern auf der Tasche und wir sind ja mal Taxifahrerin mit so einem Fach wie Nordamerika-Studien und guck mal, deine ganzen Cousins, die haben eine Ausbildung gemacht, das ist doch viel besser. Und eben dann aber auch der Hochschule, wo man auch denkt, na, weiß nicht, ob ich da hingehöre. Und in der Schulzeit, gab es denn da bei Ihnen Lehrer oder Personen, die Sie gefördert haben? Auf jeden Fall, also ich habe sehr davon profitiert, sowohl in der Schule als auch im außerschulischen Bereich von dieser Förderung. Ich hatte eine junge Lehrerin, die sich damals bei den Grünen engagierte, da war es überhaupt keine Frage, dass man gefördert wurde und dass ich auch dann zum Gymnasium gegangen bin. Ich war im Sportverein, ich wurde sehr von der Kirche gefördert. Wenn der Pfarrer nach Hause kommt und sagt, die Katja lernt jetzt mal Kirchenorgel, dann wird auch nicht widersprochen. Und da wurde ich halt von der Kirche sehr gefördert und das war auch eine tolle Gemeinschaft und eben auch im Sport. Ich bin hinterher auch Basketballtrainerin gewesen und habe Jugendmannschaften trainiert. Also ich habe diese Verantwortung übernommen, aber interessanterweise bin ich auch beim Abitur ausgezeichnet worden für mein Engagement, aber niemand ist auf mich zugekommen und hätte gesagt, da gibt es auch noch Möglichkeiten. Es hat eigentlich nie so richtig jemanden interessiert, was ich eigentlich nach der Schule mache. Und fünf Jahre später habe ich dann beim Klassentreffen gehört, dass der Bundesdirektor für die Studienschriftung des Deutschen Volkes vorgeschlagen wurde, was er sicherlich auch verdient hat, aber es wurde überhaupt nicht an uns herangetragen, dass es so etwas überhaupt gibt und dass man sich auch bei anderen Stiftungen bewerben kann. Das heißt, Sie haben diese Information in der Schule nicht bekommen oder in der Familie nicht bekommen? Beides, also weder in der Familie noch in der Schule. Frau Bludau, wenn Sie das hören, zu Ihrer Zeit, Sie sind, wir haben jetzt lauter Pioniergeschichten, einmal die Migrantenpioniergeschichte, dann die Arbeiterkind, was kein Arbeiterkind ist, Pioniergeschichte, bei Ihnen ist es die Frauenpioniergeschichte. Haben Sie sich selber in der Zeit mit den Positionen der Karriere, die Sie gemacht haben, als Aufsteiger in dem Sinne, dass es etwas Neues, etwas Unübliches, etwas anderes ist, als die anderen das machen gesehen? Das war notgedrungen so, weil ich war immer die erste Frau irgendwo und ehrlich gesagt, ich kann es auch nicht mehr hören, weil das immer bedeutet, dass man eine Ausnahmeposition hat. Es ist, alle diejenigen, die Sitzung leiten, mussten uns leiten, liebe Frau Bluder, meine Herren. Und das nervt auch, weil es stellt einen immer ganz besonders raus, die liebe Frau Bluder musste, wenn sie den Mund aufmachte, auch immer was besonders kluges sagen. Man genießt einen solchen Aufmerksamkeitswert, den finde ich eher lästig. Ansonsten ist mir die Tatsache, irgendwo die erste zu sein oder eine besondere Biografie zu haben, im Nachhinein fand ich das wunderbar. Und die Dinge, von denen wir heute reden, Barrieren, die man überwinden muss und so. Ich bin in einer Zeit groß geworden oder ich habe in einer Zeit berufliche Karriere gemacht, als es all die Hilfsmittel noch gar nicht gab. Da gab es aber auch noch keine Strukturen. Aber was kann für jemanden, der einigermaßen selbstbewusst ist, schöneres sein, als auf freier Flur sein Leben zu gestalten. Und das hat Nachwirkungen bis heute. Wenn ich mir manchmal anhöre, über wie viele Dinge sich heute Männer oder Frauen beschweren und das stand dagegen und das Elternhaus war nicht und so. Wenn ich eine Barriere sehe, habe ich vor jedem Respekt, der sagt, wir müssen Geld in die Hand nehmen, sie abzubauen. Ich würde den Leuten beibringen, das Klettern zu lernen. Das hilft. Eine kurze Nachfrage noch, die ich jetzt hier allgemein stelle. Was haben Ihre Eltern gemacht? Meine Mutter war Hausfrau, klassisch, und mein Vater war Abteilungsleiter bei der Hohekohle AG. Und ich war die Erste in der Familie, die studiert hat. Und natürlich wollten meine Eltern was anders. Ich sollte den Sohn des Apothekers heiraten, im Dorf bleiben und wenn es hochkommt, Lehrerin werden. Tja, was ist das für eine Alternative? Herr Professor Harni, auch bei Ihnen als erstes einmal eine Frage, weil ich muss das jetzt erstellen. Was haben Ihre Eltern gemacht? Meine Eltern sind einfache Leute, keine akademische Bildung, war in der ganzen Familie nicht verbreitet. Und als mein Vater dann seine drei Kinder, also uns drei Brüder, schon mal ans Gymnasium schickte, ging das Raunen schon los. Ja, kann er sich das leisten und so sollten die Kinder nicht einen ordentlichen Brotberuf lernen. Ja, und so, aber ist es aus allen drei was geworden. Der ordentliche Brotberuf bringt uns jetzt natürlich auch gleich zum nächsten Thema, die OECD und ihre Zahlen. Was ist denn der ordentliche Brotberuf? Also ist es bei uns so, dass die Bildungschancen darin zu sehen sind, dass wir die Zahl der Abiturienten und der Hochschulabsolventen steigern oder worin liegt der Wert der Bildung? Zunächst sprechen Sie was ganz Wesentliches an. Je höher das Bildungsniveau ist, also das Niveau des Eigenbildungsabschlusses, desto geringer die Gefahr der Arbeitslosigkeit. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber natürlich können wir auch nicht nur Akademikerinnen und Akademiker produzieren. Auf der anderen Seite haben wir genau in diesem Bereich wieder ein Defizit in Deutschland, dass wir eigentlich zu wenige Menschen mit akademischer Ausbildung haben. Das heißt, wir sind da besonders schwachteren Menschen in die Sekundarstufe 2 und dann in die tertiäre Bildung zu bringen. Also da gibt es sicher einiges nachzuholen in Deutschland, wobei aber für die anderen Bereiche das genauso gilt. Berufliche Bildung, Bildungsabschluss deutlich besser als natürlich kein Bildungsabschluss. Also es gelten alle Ebenen, aber man muss schon sagen, dass wir im oberen Bereich schon besonders große Defizite haben. Herr Neumann, was machen wir dagegen? Ja, wir haben ja eine ganze Menge gemacht in der Bundestagsfraktion und ich sage mal, wir sind so in der Zeit jetzt, wo Bilanz gezogen wird und wo man das ein oder andere mal kritisch hinterfragt, also auf vielen Podiumsveranstaltungen, wo ich mich also auch aufhalte. Ich sage mal so, wir haben jetzt gegenwärtig einen Stand erreicht, der ist natürlich meiner Ansicht nach schon, glaube ich, so weit, dass wir sagen können, da haben wir einen Stand erreicht. Also wenn weit über 50 Prozent einer Kohorte, also eines Altersjahrgangs studieren, dann muss ich auch sagen, wir brauchen natürlich, und vorhin ist es ja angesprochen worden, das Thema duale Berufsausbildung, wir brauchen natürlich auch im Handwerk gut qualifizierte junge Menschen und ich glaube, da muss es so einen Ausgleich geben. Was wir machen und das ist ja mit der Einführung oder mit Bologna insgesamt passiert, dass wir viele Dinge und wir wissen ja im Angelsächsischen, wenn man da Bademeister werden will, dann studiert man das. Also ich will mal sagen, unser Begriff von Hochschulstudium ist ja ein Stück weit auch in der Entwicklung und ich glaube schon, dass es von der Seite her eine ganze Menge gegeben hat, ist auch viel Geld in die Hand genommen worden, wenn ich mir überlege, was über die Hochschulpakte stattgefunden hat. Da sind teilweise auch, wenn ich mal das Verhältnis zwischen der Bundespolitik und der jeweiligen Landespolitik sehe, wenn ich mir anschaue, Pakt für Lehre und Forschung, ja, also da ist im Grunde genommen Geld sozusagen an die Hochschulen, also über die Länder, manche Länder haben es ja nicht mal weitergereicht, zumindest nicht vollständig, das haben wir also rausgekriegt, dass man dann natürlich auch hat versucht, an den Hochschulen so viel wie möglich Studienplätze einzurichten und ich selbst komme aus Cottbus, also da ist dann zusätzlich nochmal ein BWL-Studiengang eingerichtet worden, warum? Weil der letztendlich pro Student natürlich nicht so viel kostet, wie möglicherweise ein Medizinstudium oder was auch immer, also wir müssen schauen, dass man das alles in der Balance hält und aber gemacht worden, nicht nur finanziell, ist eine ganze Menge, also das will ich jetzt nicht alles hier auflisten, aber ich glaube schon, dass die Anstrengungen sich gelohnt haben und wir sind als Bundesrepublik Deutschland das einzige Land in Europa, sage ich mal, was sich wirklich schwerpunktmäßig, also auch ausgabenmäßig vom Etat her auf das Thema Bildung und Forschung konzentriert hat. Ich gucke nach England, habe Kollegen dort, die da händeringend um Lösungen suchen, weil wie gesagt die Finanzierung da eine völlig andere ist, der Staat zieht sich dort zurück, hier ist anderes getan worden und ich finde das gut so. Nochmal zurück zur Bildungsleistung, wie bemisst die sich? Das schließt ja an das an, was Sie gesagt haben, ich würde die Frage aber gerne nochmal an Herrn Harni zurückgeben, was, wenn wir, ich hatte vorhin ja schon gefragt, was ist der Wert der Bildung, dann formuliere ich es mal anders, wie will man eine Bildungsleistung bemessen und welche Leistung, welche Bildungsleistung brauchen wir? Also bringen Sie mich nicht in den theoretischen Diskurs, was Bildung ist, da bin ich als Psychologe sowieso völlig unterbemittelt, da schreien die Pädagoginnen und Pädagogen auf, wenn ich mich dazu äußere, also halte ich mich da lieber zurück, aber wenn Sie die OECD angucken, dann sind natürlich die Indikatoren schon nachvollziehbar, das geht eben praktisch mit Schulabschlüssen, Schulkarrieren, das geht mit höheren Bildungsabschlüssen und das geht bis hin dann auch zur Beschäftigung, dass man also Menschen mit einem höheren Bildungsabschluss auch Beschäftigung gewährt, also auch die Volkswirtschaft verantwortlich dafür, dass dann entsprechend ausgebildete Menschen nicht auf der Straße stehen. Ja, diese Indikatoren, die sind also denke ich plausibel, sind gerechtfertigt, sind natürlich nicht alles völlig klar, was bei Bildung herauskommen soll. Aber hat das denn jetzt was mit Nachfrage oder mit Angebot zu tun? Ja, schon mit beidem. Das ist eine heikle Geschichte. Nehmen Sie zum Beispiel das Problem der Geschlechterdisparitäten in unseren ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen. Da sind wir auch so etwas wie Weltmeister. Also wir haben die größten Differenzen zwischen der Beteiligung von jungen Männern und Frauen bei ingenieurwissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Studiengängen. Und da ist ja auch die Frage, wie kommt das zustande? Ja, man kann ja junge Frauen nicht in diese Berufe zwingen. Gleichzeitig sind offensichtlich vielleicht unsere Berufsfelder und vielleicht auch die Studiengänge so aufgestellt, dass die Frauen eher abschrecken. Also da muss man wohl von beiden Seiten was machen. Das eine findet eher in der Schule und Familie statt, das andere von Seiten der Hochschulen und auch der Wirtschaft. Herr Neumann, Sie zucken? Ich würde das nochmal ergänzen. Also ich habe ja über zehn Jahre meinen Lehrstuhl in Magdeburg gehabt und Architekten und Bauingenieure ausgebildet und bei den Architekten insgesamt, also bei dem Studiengang, waren weit über 50, 60 Prozent weiblich. So, und wenn man sich das anguckt, mit guten Noten, guter Abiturnoten, die sind so also angetreten dort und wenn man sich dann mal im weiteren Verlauf dann anschaut, wo sie dann bleiben, also dann in den beruflichen Gängen, da stellt man dann Defizite fest. Also ich glaube, das ist ein gesamtes Problem, was man sich näher betrachten muss, weil am Ende, es geht ja nicht nur, es geht um die Ausbildung, aber es geht auch darum, dass man dann in der Gesellschaft die Möglichkeit hat, jeweils dann beruflich auch tätig zu werden. Aber es ist ein anderes Thema, ich will es an der Stelle nur sagen, da haben wir das dann schon und jetzt will ich nochmal einen Punkt sagen, den wir in Berlin auch unterstützen, da gibt es also Projekte, verschiedenste Projekte, ich will eins nennen, das Projekt Haus der kleinen Forscher, gefordert über die Helmholtz-Gesellschaft, der Bund mit, glaube ich, sieben Millionen Euro da drin, langfristig finanziert, eine ganz hervorragende Geschichte, ich bin Schirmherr einer Region, wo wir das machen, wo wir in den Kindereinrichtungen gerade so mit experimentieren, wo wir also Kindern auch Defizite, die möglicherweise hier oder da auch in den Elternhäusern vorhanden sind, einfach mal spielerisch an technische, an naturwissenschaftliche Dinge heranführen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, frühzeitig zu Beginn, denn Bildung, und das ist heute mehrfach gesagt worden, beginnt dann wirklich frühzeitig, ganz, ganz, ganz frühzeitig, ich will nicht sagen nach der Geburt, aber wirklich ganz frühzeitig mit vielen, vielen, vielen Schritten, die da zu machen sind und die man auch mit entsprechenden Finanzierungen unterstützen muss. Darauf können wir dann gleich anschließen, wenn es Ihnen jetzt nichts ausmacht, dass es dann nochmal jetzt an Herrn Harni geht, ich möchte jetzt hier nicht ungerecht wirken, aber das ist ja nun Ihr Thema. Was ist denn mit der frühkindlichen Bildung? Worauf kommt es an? Müssen wir in Ballettunterricht Klavier spielen oder? Nein, 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 das ist auch ein Riesenthema, aber die Bundesländer haben ja in den letzten Jahren sehr gut reagiert, Bildungsrahmenpläne aufgestellt und diese Bildungsrahmenpläne sind ja auch äußerst differenziert, aber das kann man ja auch gar nicht irgendwie auf einen Punkt reduzieren, was da laufen soll. Also eine Sache ist auf jeden Fall wichtig, Lesen, die Lesekompetenz, die dann auch die sprachliche Kompetenz in der Verkehrssprache bedeutet, ist einfach der Weg auch zum selbstständigen Lernen, dass dann die Kinder auch selber sich in die Wissensmedien hineinarbeiten und da ist ja auch wirklich unheimlich viel gemacht worden, muss ich sagen, Respekt, eben mit flächendeckenden Reihentests, mit Förderprogrammen, die tatsächlich dann schon im Vorschulalter einsetzen. Also da ist man tatsächlich dran, sehr viel zu machen. Ja, und das ist auch notwendig, weil wir eben, das hat ja Frau Dr. Stegemann-Böhl, glaube ich, gesagt, dass wir ja auch Weltmeister in den Diskrepanzen sind, in der mangelhaften Förderung von sozial Schwachen und Menschen mit Migrationshintergrund sind. Ja, und da muss man genau im vorschulischen Bereich einsteigen. Ja, da muss man praktisch, da kann man das meiste kompensieren, was da von zu Hause eben dann nicht mitgebracht wird. Wie macht man das konkret? Es gibt nachgewiesene Förderprogramme im sprachlichen Bereich, die eine sehr gute Effektstärke haben, die auch wenig aufwendig sind, die publiziert sind, die also an jeder Kindertagesstätte eingesetzt werden können, mit wenig Aufwand. Es gibt Testverfahren, die ganz hervorragend sind, also die Technologie ist da, es muss dann nur finanziert werden und die unsere Erzieherinnen müssen auch so ausgebildet und vielleicht auch so bezahlt werden, dass sie diese Dinge machen können. Kommen wir nochmal zu etwas, was Herr Zeil vorhin auch ansprach. Er sagte, Innovation brauchen wir natürlich. Hat Innovation nicht was mit Wettbewerb zu tun? Frau Bludau, ich fange mal bei Ihnen an. Ja, hat es, aber vor allen Dingen hat es zu tun mit wirtschaftlicher Grundstruktur, Bildung und Ausbildung, staatlichen Rahmenbedingungen und auch Geld. Wir haben ja nahezu alles schon untersucht und es gibt einen hochinteressanten Innovationsindikator von der Telekom Stiftung zusammen mit dem BDI aufgestellt, wo Deutschland innerhalb von 27 Staaten an siebter Stelle liegt. Kann man sagen, naja, ganz schön vorne, aber eigentlich könnten wir besser sein, wenn man sieht, wer vor uns ist Schweiz, Singapur beispielsweise. Und da, wenn man sich die Unterindikatoren anschaut, dann haben wir, was die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit angeht, sehr gute Noten. Selbst die staatlichen Rahmenbedingungen werden als gut oder auf jeden Fall so im Bereich vier bis sechs, an vierter bis sechster Stelle genannt. Wo wir grottenschlecht sind, ist im Bereich Bildungsstruktur Platz 17. Und wenn man dann weiter guckt, woran liegt das denn um Gottes Willen, dann liegt es nicht daran, dass wir nicht wissen, was wir tun müssen, sondern das, was wir wissen, nicht umsetzen. Herr Zeil hat eben in seiner Festansprache ein wunderbares Beispiel dazu gegeben. Wir wissen ganz genau, dass Investitionen in frühkindliche Bildung das A und O sind. Da aber hält sich der Staat relativ zurück. Da ist es möglich und wird auch als mehr oder weniger angemessen angesehen, dass Eltern noch bis zu 400 Euro pro Monat für einen Kindertagesstättenplatz ausgehen müssen. Es ist unerträglich, 500 Euro pro Semester für Studenten auszugeben. Das ist ein Irrsinn. Das ist politisch so was von falsch. Wir machen es trotzdem. Ich verstehe Ihnen ja, dass man als Partei, die nicht die Mehrheit hat, hier diesen Weg gegangen ist, weil sonst wird man noch mal vom Wähler abgestraft. Aber dass wir als ein Volk, das darauf angewiesen ist, von der Ressource Bildung zu leben, andere haben wir nicht. Unsere Rohstoffe sind ausgebeutet. Dass wir es uns leisten, entgegen der Erkenntnis zu handeln und politische Wegweisungen zu geben, die einfach Fehlallokationen sind. Wir in Bayern machen ja auch ein Betreuungsgeld. Wir sind ja spezialisiert. Das ist nicht auszuhalten. Und wenn, Herr Professor, Sie sagten das eben, wir wissen, was wir tun müssen, aber wir können es nicht umsetzen. Und ein fürchterlicher Spruch, den ich gelernt habe, von einem meiner Vorgesetzten, an dem auch ich mehrfach gescheitert bin, nicht an dem Vorgesetzten, aber an diesem Spruch ist, Demokratie sichert Legitimität, nicht Qualität. Das ist hart und das heißt nicht, ich bin gegen Demokratie. Aber demokratische Systeme leisten nicht alles, was geleistet werden muss. Und das ist für uns Liberale manchmal schwierig. Zu wissen, das muss jetzt eigentlich passieren und wir können es nicht umsetzen. Und wir sehen, was auf uns zukommt. Wir sehen die Wohlstandsverluste, die wir erleiden werden, weil wir jetzt nicht den Euro an der richtigen Stelle einsetzen. Und wir werden es erleiden. Nochmal. Ich wollte eigentlich auf ein etwas anderes Thema hinaus und zwar, ob wir etwas mehr Wettbewerb im Bildungssystem brauchen. Sagen Sie mir etwas aus Ihrer Erfahrung bei der Max-Planck-Gesellschaft, welche Art von, also wie schaffen wir es Innovation auch in der Forschung und für die Unternehmen so zu organisieren, dass sie auch da ankommt, wo sie hin soll. Deswegen bin ich beim Thema Wettbewerb. Ja, verstehe ich jetzt, was Sie unter Wettbewerb auch meinen. Also ein absolut offenes System, Wettbewerb, ja. Die MPG hat ein ganz einfaches Mittel. Sie sucht sich die Besten aus, die sie kriegen kann und zwar weltweit. Sie gibt Ihnen genug Geld, auch wichtig, und sie lässt sie dann in Ruhe. Wenn wir bei Schritt eins die richtige Entscheidung getroffen haben, wenn das wirklich die Besten sind, dann wissen die auch, was sie brauchen, um zu den entsprechenden Ergebnissen zu kommen. Insofern muss man dann gewisses Vertrauen auch entwickeln. Sie müssen Ihnen diese Mittel dann auch geben und Sie können sie nicht alle drei Tage fragen, was ist denn jetzt dabei rausgekommen. Das heißt, das, was wir zurzeit machen, Bewertungen im Halbjahresabstand, halte ich letztlich für falsch. Ich glaube, dass wir dann bewerten, auch im Bereich der Forschung weiß ich das genau, nach Mainstream-Forschung. Ist ja auch klar. Und insofern, ich verstehe, dass man kontrollieren will, was beim Einsatz der schmalen Steuermittel denn rauskommt. Aber leider sind wir nach meiner Meinung ins Extrem verfallen. Nachdem wir jahrelang nicht kontrolliert haben, was kommt denn um Gottes Willen dabei raus, evaluieren wir uns jetzt gegenseitig so oft, so häufig, in so kurzen Abständen, dass ich das für total übertrieben halte und da wird kein Segen darauf ruhen. Man muss es nicht so konsequent machen, vielleicht wie die MPG, die nämlich, die ebenfalls evaluiert, aber in zwei Jahresabständen und in sechs Jahresabständen kommen harte Konsequenzen daran. Also wenn man in sechs Jahren nicht performt, das muss man schon sehr gut begründen. Aber was ich manchmal sehe, was heute passiert, jede mittlere Tageszeitung hat doch heute schon das Hochschulranking und auch daran zu glauben, dass das, was gerankt wird, dann wirklich eine gute Hochschule ist. Davon weiß ich von Hochschulen zu viel, um zu wissen, dass das falsch ist. Wie wäre es dann eben mit Studiengebühren, die in Vouchers mit den Studenten wandern, eine Evaluierung herauszufinden? Was halten Sie davon? Ob man Voucher gibt, weiß ich nicht. Ob das das richtige Ergebnis mag aber sein. Ich glaube, erst mal Studiengebühren, ja und zwar nicht nur 500 Euro, sondern deutlich höher. Deutlich höher. Ich habe an einer Hochschule, in der ich im Hochschulrat sitze, gestritten wie die Kesselflicker um die Verteilung des Geldes und auch darum, ob man die überhaupt einführen kann. Also unter Polizeischutz eingezogen, alle Schönheiten, die ich ja auch schon gewohnt war in meinem Leben. Aber dann ging es letztlich darum, zu diskutieren, was soll damit gemacht werden? Was soll damit reformiert werden? Welche Rahmenbedingungen wollen denn die Studenten haben? Denn die wollen ja auch erfolgreich studieren. Und wir haben praktisch das transparenteste Verfahren, Kosten-Leistungsrechnung eingeführt für diesen Punkt. Alle waren begeistert, jetzt wird es abgeschafft. Na gut, ich glaube, und da hat der Zeil auch recht, das wird wieder kommen, denn angesichts der Strukturen der Schuldenbremse in den öffentlichen Haushalten wird uns nichts anderes übrig bleiben. Das wollten Sie aber wieder nicht wissen, oder? Doch, doch, doch. Wunderbar, wunderbar. Und bevor ich auch gleich die Runde, beziehungsweise Ihnen allen die Gelegenheit gebe, Fragen an die Runde zu stellen, würde ich jetzt aber gerne Frau Urbaut noch mal die Gelegenheit geben, dazu was zu sagen, denn ich glaube, sie möchte es. Ja, Studiengebühr ist natürlich ein schwieriges Thema, aber ich versuche es mal mit meinen Erfahrungen, die ich mache. Also wir sind die größte Community in Deutschland für Studierende der ersten Generation. Wir haben täglich zu tun mit Schülerinnen und Schülern, die kommen aus nicht nur nicht akademischen Familien, sondern auch sozial schwachen Familien. Die trauen sich erstmal häufig gar nicht zu, in den Schulen anzufangen und häufig kommt nämlich dann in der Familie das Totschlagargument, brauchst du gar nicht darüber nachdenken, können wir uns ihn nicht leisten. Dann fragt man nach, was kostet denn überhaupt ein Studium? Und da geht es doch gar nicht um Studiengebühren. Die wissen häufig gar nicht, dass es Studiengebühren mal gab oder gibt. Die denken nur über Lebenshaltungskosten nach. Und dann kommt dazu, wenn sie ein Studium beginnen wollen, dann brauchen sie zum 1. Oktober 1000 Euro. Semestergebühren, erste Kaution im Studentenwohnheim, erste Miete. Wie ziehen sie zum Beispiel um, wie zum Beispiel meine Mentee, wenn sie keine Unterstützung von den Eltern haben? Die steht ganz alleine da, die hat keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern und die sollte dann auf einmal umziehen. Die sollte dreimal zur Hochschule fahren, obwohl sie dann noch gar nicht gewohnt hat, um Sprachtests zu machen, um sich einzuschreiben, wer bezahlt die Bahnkosten, wer bezahlt die Fahrtkosten. Heute braucht man einen Laptop. Viele aus unserer Community haben keinen Laptop. Alle gehen davon aus, alle haben einen Laptop, alle haben Internet zu Hause, alle reisen, alle haben alles. Das sehe ich nicht. Und ich verstehe die Perspektive auch vom Staat und mit dem Geld, aber unser Erfolgsrezept ist gerade bei dieser Zielgruppe, uns in die Perspektive derjenigen reinzuversetzen, die eben aus nicht akademischen und häufig sozial schwachen Familien kommen. Und wenn dann noch die Studiengebühren draufkommen, also ich glaube, es gibt viele, die mir das zumindest auch sagen, die in 70er, 80er Jahren studiert haben, die mir heute sagen, wenn es damals Studiengebühren gegeben hätte, hätte ich nicht studiert. Und also diese Perspektive auch einzunehmen, was das Geld da eine große Rolle spielt, das finde ich schon sehr wichtig. Da muss man auch sehen, wer dann vielleicht nicht mehr studieren wird. Das ist jetzt eine Analyse aus der praktischen Erfahrung. Was ist denn mit der Chancengerechtigkeit an dem Punkt? Wie meinst du das genau? Ja, die praktischen Erfahrungen, dass es Leute gibt, die sich davon abhalten lassen, ein Studium aufzunehmen, das ist ja das eine. Aber jetzt die Erwägung, dass es Studiengebühren geben könnte aus Sicht einer Gerechtigkeitsperspektive. Was haben Sie denn da für eine Meinung? Ich versuche eher, also das Studiengebühren ist ja immer eine sehr emotionale Diskussion. Ich versuche eher klarzumachen, dass alle Maßnahmen, die wir ergreifen, dass wir dann immer schauen müssen, was das für Konsequenzen hat und wen es vielleicht abhält vom Studium. Man kann auch sagen, natürlich ist das irrational. Vielleicht müssten die verstehen, dass das ja eine Rieseninvestition ist, die sie hinterher zurückkriegen. Aber wir müssen denen selbst das BAföG erklären. Vielleicht ist es emotional, aber es kommt eben nicht an. Selbst beim BAföG ist es so, dass ganz viele unserer BAföG-Empfänger die Hälfte ihres BAföGs, das sie bekommen, jeden Monat sparen, damit sie es direkt nach dem Studium wieder zurückzahlen können, weil sie Angst vor Schulden haben. In der Klientel, mit der wir arbeiten, macht man keine Schulden. Schulden sind negativ besetzt. Und selbst das BAföG gilt schon als Schulden. Und wir müssen dann eine Riesenüberzeugungsarbeit leisten. Von Krediten müssen wir gar nicht sprechen, weil wir auch versuchen dann zu überzeugen, zum Studienabschluss, wenn es dann doch nicht reicht, doch noch einen Kredit von der KfW aufzunehmen. Aber da sagen mir auch die Leute, Katja, ich verstehe das, rational. Aber emotional bin ich so erzogen, dass man das nicht macht. Und das sind einfach bestimmte Hürden, die vielleicht nicht rational sind wirtschaftlich, aber sie sind immer da. Das sind Menschen, die nicht immer rational handeln, sondern die eben auch so erzogen sind, aus einer gewissen Klientel kommen, da auch beeinflusst werden. Und das darf man eben nicht vergessen. Hat irgendjemand von Ihnen eine Frage an uns? Oh, vielleicht haben Sie Mikrofone hinten noch? Jawohl, ein junger Mann kommt zu Ihnen. Vielleicht sagen Sie kurz uns bitte auch Ihren Namen und was Sie machen und stellen dann die Frage. Klaus-Andreas Sieg, ich bin Betriebswirt im Ruhestand. Meine Frage oder meine Enttäuschung heute Abend ist, dass bisher kein einziges Wort über die Studienabbrecher gefallen ist. Wenn Sie in den letzten Monaten gerade in der Süddeutschen Zeitung einen Bericht vielleicht gelesen hätten, dann hätten Sie vielleicht heute auch dieses Thema angesprochen. 50% der Mathematik, der Elektronik, der Physikstudenten an den Universitäten brechen ab. 35% an den Fachhochschulen. Ich meine, hier geht ein Kapital, hier tritt ein Kapitalverlust ein, den unsere Volkswirtschaft und insbesondere unsere Haushalte in der Kulturpolitik nicht tragen können. Dankeschön. Vielen Dank. Wir sammeln ein wenig, würde ich vorschlagen. Hier sehe ich vorne noch eine... Hallo? Hier vorne, links. Ja, guten Abend, Siegel Stefan. Ich habe mein Studium gerade vor kurzem tatsächlich zu Ende gekriegt. Zwei Fragen an die Runde. Es sind einfach im Prinzip mal Vorschläge, aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, vor so einer hochkarätigen Runde sie mal einzubringen. Zwei Vorschläge. Die erste ist, gerade auch auf das Aufgreifen mit den Studienabbrechern. Wir haben in sehr vielen Studiengängen, wenn nicht allen Studiengängen, eine limitierte Anzahl von Prüfungsantritten. Was wäre der Vorschlag, Prüfungsantritte zukünftig nicht mehr zu limitieren, sondern zu sagen, nach dem vierten Antritt oder nach dem fünften Antritt oder nach dem dritten bezahlst du die Kosten deines Prüfungsantrittes. Und auf die verhindert man, dass dann jede Menge Leute, aus welchen Gründen auch immer, bei mir zum Beispiel, wenn ich mal durchgefahren bin, war es meistens menschliche Blödheit oder Faulheit. Es mag auch bessere Gründe geben, als eine Prüfung durchzufallen. Was wäre mit dem Vorschlag zu sagen, das abzuschaffen und zukünftig zu sagen, beteil dich an den Kosten, wenn du zu viel kostest, aber wir schmeißen dich nicht raus. Zweiter Vorschlag ist, gerade die Öffnung Bildungschancen abbinden. Es gibt so viele Studiengänge, vielleicht mal von Medizin abgesehen, wo es sehr wenig Kosten verursacht, einen Studienplatz zu haben, wenn man alle Möglichkeiten, die das heutige Leben bietet, nutzt. Warum öffnet man nicht die Universitäten für Gasthörer über Videoübertragung aus den Hörsälen, indem man Materialien online zugänglich macht und sagt Leuten, egal was sie für einen Abschluss in der Schule gemacht haben, studiere dieses Fach, wenn du deine Prüfungen danach bestehst. Du darfst nicht an die Uni selber Kosten verursachen, aber du darfst es dir online alles anschauen. Wenn du die Prüfungen danach bestehst, kriegst du deinen Abschluss, vollkommen egal, ob du davor einen Hauptschulabschluss hattest oder nicht. Das verursacht keine Extrakosten an Universitäten und sorgt dafür, dass wir wirklich keinen zurücklassen, dem am Anfang stein in den Weg gelegt wurden. Nur ein Vorschlag. Eine dritte Frage noch war hier vorne und dann würde ich sagen, sollten wir beantworten und dann danach nochmal Fragen zulassen. Also jetzt sind es doch vier geworden, weil Sie hatten auch noch, dann machen wir vier. Annette Bullfohn, hochschulpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im Bayerischen Landtag. Wir standen eben für die Studienbeiträge ein und mir persönlich war es immer ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, dass wir keine soziale Spreizung haben, sondern dass wir eben gerade in die frühkindliche Bildung investieren. Und hier ist jetzt einfach die Frage auch an Sie, weil ich habe mich natürlich auch mit der Initiative Arbeiterkind beschäftigt. Es gibt eine Studie, die besagt eben nicht, dass die sozial Benachteiligten seltener ein Studium aufgenommen haben. Das war auch eine Argumentation, die ich sehr häufig im Bayerischen Landtag gebracht habe. Es gibt eine Studie und da wurde gerade betont, dass man sich sehr wohl dann überlegt hat, ob man studiert, aber dass nicht die sozial benachteiligten Schichten, die bildungsfernen Schichten am Studium gehindert waren. Und das war mir persönlich auch eine sehr wichtige Argumentation. Und jetzt hier die Frage an Sie, Sie sagen zum Teil auch, dass es natürlich so ist, dass man scheut, einen Kredit aufzunehmen. Und da ist auch wieder die Frage, natürlich, wie sieht es eigentlich mit der Risikobereitschaft aus? Ist es nicht auch ein Schritt, dass man sich dann, und ich glaube auch, dass der sehr schwer fällt, dass man dann aber auch sagen muss, okay, meine Eltern, ich habe euch lieb, ich stamme aus diesem Hintergrund, aber dann muss man auch den Schritt gehen und sich zum Teil auch lösen aus dem sozialen Milieu, aus dem man dann auch aufgewachsen ist. Und ich glaube, das ist sehr schwer. Aber ich glaube, dass dieser Schritt dann auch irgendwann getan werden muss, um dann tatsächlich auch da anzukommen. Ich sehe auch die Probleme, die Sie geschildert haben. Aber ich glaube, es hat auch ein Stück weit mit Abschiednehmen zu tun. Also insofern die Frage an Sie, wie geht man mit sowas um? Ich glaube, dass wir da uns bildungspolitisch auch zum Teil wirklich sehr viel machen können. Aber dass das eben auch ein ganz entscheidender Schritt ist, wo man sagen will, ich mache das jetzt. Obertspollen Sie gleich dazu? Ich weiß, machen wir gleich. Kommt noch. Ja, machen Sie ruhig. Ja, ich möchte auch gar nicht in diese Studiengebühren-Diskussion reingehen. Es geht einfach generell, es geht auch häufig nicht um, da gibt es ja auch verschiedene Studien. Ich kann nur mit meinen Erfahrungen argumentieren, mit den Erfahrungen, die ich täglich mache. Seit fünf Jahren auch meine eigene Erfahrung in meiner eigenen Familie. Wir merken einfach, dass das alles, was mit Geld zu tun hat, dass es eben abschreckend ist. Häufig kommen die gar nicht so weit, an die Studiengebühren zu denken, weil sie die Lebenshaltungskosten schon abschrecken. Und häufig ist es eben so, dass die in diesen Familien sich gar nicht so richtig beschäftigt wird, was eigentlich ein Studium kostet. Man denkt einfach nur, es kostet ganz, ganz viel. Und alles, was da natürlich in den Medienberichterstattungen dazu beiträgt, frustriert das natürlich nochmal, auch wenn Sie gar nicht genau wissen, was das eigentlich kostet. Und da gibt es einfach eine große Aufklärungsarbeit zu leisten. Das ist sicherlich richtig. Ich verstehe Ihre Perspektive, dass Sie sagen, ja, da muss man diesen Schritt auch gehen. Aber das ist schon ein harter Schritt, sich von seinem Milieu zu verabschieden. Ich weiß nicht, wenn ich Sie jetzt auffordern würde, Ihr Milieu zu verlassen, ob Ihnen das so leicht fallen würde. Ich würde auch lieber mit meiner Erfahrung argumentieren. Ich hatte vor zwei Wochen ein Gruppen-Korinatoren-Treffen bei uns in Berlin von arbeiterkind.de. Da war eine junge Dame, die kam aus Baden-Württemberg und die wurde von ihrer Familie sozusagen verstoßen, weil sie studiert. Die darf nicht mehr nach Hause kommen, die darf auch Weihnachten nicht mehr nach Hause kommen. Und sie kämpft immer noch um Anerkennung. Sie hat 1,0er, sie schreibt nur 1,0er und kämpft und kämpft, und ruft immer noch mal zu Hause an, um denen zu sagen, was sie leistet, aber sie bekommt diese Anerkennung nicht. Und ich weiß nicht, ob Sie es schaffen würden, der jetzt zu sagen, das ist der Preis, den du dafür zahlen musst. Und das ist nun mal so. Also wenn Sie eine 20-Jährige haben, die da so kämpft. Also da habe ich einfach aus meiner Erfahrung eine andere Perspektive. Rational ist das alles klar, aber emotional und in der Familie mit dem Umgang. Es ist einfach so, dass das für so einen jungen Menschen, sich von seiner Familie zu verabschieden, weil man in Bildung investieren will, das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Also ich finde, da würde ich einfach dazu werben, da mehr Verständnis für diese Perspektive zu haben. Herr Neumann. Ja, es waren ja drei Komplexe gesagt. Ich will zum Letzten vielleicht zu den Studiengebühren noch mal etwas sagen. Wir hatten ja zwei Bundesländer bis zuletzt, die die Studiengebühren hatten, muss man ja jetzt sagen. Ich hatte mit der damaligen Wissenschaftsministerin Frau Wanka, als sie noch in Niedersachsen war, ja viele, viele Gespräche geführt. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, was sich daraus jetzt entwickelt hat, dann sind wir ganz unten dran. Und ich glaube schon, dass die Diskussion ganz, ganz schnell wieder kommen wird. Und wir brauchen aber eine andere Diskussion auch. Da gehören dann auch die ganze Stipendienfragen. Also alles, was wir jetzt noch nicht ansprechen konnten. Vielleicht nur einen kurzen Satz aus Sachsen-Anhalt, also von meiner Hochschule. Wir hatten Selbstverwaltung der Hochschulen, ist ja mal ganz klar, da hatten wir einen Fachschaftsrat, also Studierenden besetzt, die für Studiengebühren eingetreten sind, mehrheitlich oder fast 90 Prozent. Die hatten folgende Argumentation. Die haben gesagt, okay, diese 500 Euro, wir hätten dann die Möglichkeit, auch einen gewissen Anspruch, wir als Studenten an die Hochschule zu realisieren. Das heißt also, wir zahlen ja einen Beitrag und haben dadurch einen gewissen Anspruch. Und dann musste man in der Hochschule überlegen, da können wir denn diesem Anspruch genügen. Auch die Umfragen, da bin ich immer etwas sehr skeptisch, gerade im Osten Deutschlands, wo man unter Studierenden oder Studierwilligen gefragt hat, also was sie denn vom Studium abhalten würde, obwohl es keine Hochschule im Osten gab, die jemals Studiengebühren hatten, waren immer so 70, 80 Prozent genannt worden Studiengebühren. Also man merkt, das ist so eine emotionale Keule, die also irgendwo im Kopf ist. Und ich glaube, wenn wir diesen Prozess umkehren, und das ist ja mehrfach heute gesagt worden, also solange man in der Kita und in der Krippe viel Geld bezahlen muss, privat auch, auf der einen Seite, und dann, wo sich das dann spaltet, berufliche Ausbildung oder akademische Ausbildung, und da ist das dann alles kostenfrei, sozial ungerecht, völlig. Wir brauchen eine Debatte, die wäre wirklich sachgerecht, in der Breite, ohne große, also ohne Panik, ohne dass man dann immer diese großen Gespenster an die Wand malt. Ich glaube, diesen Prozess werden wir in Kürze erleben, um dann, wie gesagt, das System tatsächlich auf die Beine wieder zu stellen. Das muss man umkehren, so wie es jetzt ist. Aber hat denn die FDP dann nicht bei diesem Thema sich einfach nicht genug angestrengt, Überzeugungsarbeit zu leisten, um eben zum Beispiel klarzumachen, dass dieses Thema gerade aus Perspektive, ich möchte es Frau Obatsch nicht auf, wie wir ja schon hören, ist sie ja gar kein Arbeiterkind, aber Sie berichten aus ihren Erfahrungen, dass es gerade dann diesen Menschen sehr schwer fällt, ein Studium aufzunehmen, und das wären ja aus Gerechtigkeitserwägungen gerade diejenigen, die davon profitieren würden. Also es ist ja eine völlig logische Rechnung zu sagen, im Moment subventioniert dieses System eine Schicht, die es offensichtlich eigentlich nach allen Zahlen nicht nötig hat. Also ich habe mich sehr mit den Aktivitäten, die man hier in Bayern gemacht hat, also auch die Argumentation, die also ja an Logik, an Schlüssigkeit nicht zu überbieten war, also die war wirklich gut, und wenn man in Gesprächen das immer wieder dann auch verbreitet hat, auch die Diskussion, die wir in Berlin dazu führen, aber ich glaube, ich meine, man muss da wieder an einer anderen Stelle anfangen, das ist meiner Ansicht nach ein Gesamtsystem, also wie gesagt, morgen Nachmittag bin ich in Jena zu einer Veranstaltung, da geht es um Hochschulfinanzierung. Wir werden also über verschiedene Modelle nachdenken müssen, das ist beim BAföG so, die Frage, junge Menschen wollen sich ungern am Geldbeutel der Eltern messen lassen, das ist meine persönliche Erfahrung auch, also die meiden solche Dinge, weil sie wirklich selbstbewusst sich entwickeln wollen, auch als Persönlichkeit, halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Punkt, und inwieweit man jetzt über solche Modelle nachdenkt, und wie gesagt, es gibt weitere Modelle, das würde ja zu weit führen, einfach mal um das System tatsächlich auch in einer gewissen Logik und Nachhaltigkeit aufzubauen. Herr Hanni, Sie wollten sowieso, glaube ich, zu der ersten Frage der Studienabbrecher etwas sagen, oder Sie können das auch miteinander verbinden. Ja, ich finde, das gehört nämlich zusammen. Ich glaube, wir brauchen eine Diskussion darüber und Modelle über Studienqualität und Hochschulen. Die Studienfinanzierung soll eben etwas finanzieren, und die Frage ist, was? Und die Hochschulen beginnen erst viele, ein Verständnis dafür zu entwickeln, was denn Qualitätsmanagement ist, was man eben auch verliert, was man anrichtet an Schaden, wenn Studierende es nicht schaffen. Ja, die Zahlen, die der Sprecher genannt hat, sind einseitig. Wir haben Studiengänge, da haben wir unter 10 Prozent Abbrecher, zum Beispiel die Lehramtsstudiengänge, da ist es sehr günstig. Das ist sehr differenziert, muss man sich sehr genau angucken. Und viele, die das Studium abbrechen, wechseln ja auch nur. Und zum Teil wechseln sie nur Unterrichtsfächer, zum Beispiel im Lehramt. Also es ist eine sehr differenzierte Situation, die man sich sehr genau angucken muss. Aber trotzdem, es kann nicht sein, dass die Hochschulen die Leute einfach nicht bestehen lassen, dass es Kollegen gibt, ich habe die ja selber, die sagen, ich will nach einem Jahr nur noch die Hälfte der Studierenden nie haben. So kann eine verantwortliche, auch mit Kosten verantwortlich umgehende Hochschullandschaft nicht aussehen. Und da gehören auch die Vorschläge dazu, die Sie eingebracht haben, die mir sehr sympathisch sind. Ja, dieses Einschränken von Prüfungsmöglichkeiten in diesem strengen Bologna-Konzept, das wir haben. Also ich hätte da so nichts studieren wollen, nach diesem Prinzip. Frau Bluder. Zu den Studienabbrechern. Ich teile das, was Sie sagen. Ich glaube, es hat aber letztlich drei Gründe. Einmal muss man sehen, dass ganz offenbar die Schulen nicht in der Weise vorbereiten, auf das, was an der Universität passiert, wie es wünschenswert ist. Der Übergang ist nicht stimmig. Das Zweite ist, die Qualität der Lehre ist deutlich weniger, ist auch evaluiert, obwohl ich mich eben durchaus kritisch zu den vielfachen Evaluierungen geäußert habe, als beispielsweise die Qualität der Forschung. Wenn ich das richtig überblicke, bezieht ein Professor heute auch sein Renommee, eher über den Teil Forscher als Lehrer. Trotzdem ist das etwas, an dem viele Universitäten heute arbeiten, und zwar sehr nachhaltig. Aber es kommt auch noch was Drittes hinzu. Ich glaube, viele Studenten wählen auch lustvoll das falsche Studium. Denn sie haben keine, diese großen Abbrecherquoten, an privaten Hochschulen. Warum nicht? Da gibt es Eingangsprüfungen. Und ein Teil der Professoren, die sagen, ich kann mir die Leute nicht aussuchen, sondern ich muss sie unterrichten, sie sitzen mir im Hörsaal, mit denen kann ich aber nicht arbeiten, sortieren schlicht aus. Das ist nicht der richtige Weg, gebe ich ja Ihnen recht. Aber es liegt auch daran, dass teilweise diejenigen, die das Studienfach wählen, nicht die richtigen sind. Also ich glaube, man muss von mehreren Dingen das Ganze angehen und sich hier fragen und nicht nur einfach sagen, das ist ja alles furchtbar, es liegt an den Universitäten oder an den Schulen, es hat mehrere Gründe und ich glaube, wir müssen bei allen einsetzen. Ich bin übrigens für Eingangsprüfungen, wie Sie sich vorstellen können, für all die Dinge, die meistens unangenehm sind, bin ich. Gerne, bitte. Und zwar möchte ich gleich daran anschließen und sagen, wegen den Studienabbrechern, ich habe viele Freunde, die einfach studieren, weil sie keine Anstellung finden. Die studieren irgendwas. Und auch mit der Angst, dass sie später keine Arbeit finden werden. Und ich kenne viele, 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 die ein Taxi fahren nach dem Ingenieurstudium. Es gibt auch viele, die auf Lehramt studieren, obwohl sie das nicht machen möchten, obwohl ihnen die Lehre keinen Spaß macht, aber da gibt es eine Jobgarantie. Das führt ja jetzt gerne noch, natürlich. Und zwar auch noch die Eingangsprüfung auf Privathochschulen. Da gibt es auch Sponsoren und Karriereplaner, die sich Mama und Papa nennen. Die finanzieren ja die Privathochschule. Ich will auch auf eine Privathochschule gehen, wer finanziert mir denn das? Ich schreibe auch eine Eingangsprüfung, wenn mir einer sagt, ich studiere das, ich gebe dir das Geld und mache ich liebend gerne. Ich tue mir das an. Ich tue mir diese Prüfung an. Aber ich weiß ja nichts. Ich weiß, ich wusste, es existiert nicht in meinem Mikrokosmos, die Privathochschule. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich Gastarbeiterkind bin, weil ich aus einem anderen Milieu komme. Das muss mir erst ein Berufsinformationszentrum irgendwie mehr bringen, dass ich ein Studium auf einer Privathochschule machen kann. Oder die Schule vielleicht, um nochmal darauf zurückzukommen. Ich würde noch einmal kurz was sagen wollen, weil Sie ja auch vorhin sagten, naja, das zeigt ja, dass die Studenten das wollen, die wollen ganz viel Geld bezahlen. Da würde ich gerne nochmal eine Erfahrung einbringen. Es wird immer gesagt, ja, was hält denn eigentlich Schüler oder Absolventen aus nicht akademischen Familien vom Studium ab? Das ist eigentlich die falsche Frage. Das ist überhaupt keine Option. Das ist von vornherein häufig einfach ausgeschlossen. Das wird in der Familie überhaupt nicht diskutiert. Das heißt, das setzt ja schon voraus, was hält dich ab oder du hast dich gegen ein Studium entschieden. Also auch diese ganzen Studien. Da ist es dann immer so und so viele haben sich gegen ein Studium entschieden. Das wurde aber gar nicht erhoben. Man hat nur festgestellt, die studieren nicht. Man hat aber nicht festgestellt, dass sie sich bewusst dieser Option gestellt haben und dann abgewogen haben und es dann dazu geführt hat, dass sie keinen Studium aufgenommen haben. Sondern es ist einfach ausgeschlossen, es wird überhaupt nicht diskutiert. Und auch zum Beispiel gibt es auch in Familien häufig keine Diskussionskultur oder auch nicht die Fähigkeit, das so abzuwägen, wie man das akademisch macht, dass da eine große Argumentation stattfindet, studierst du jetzt oder studierst du nicht. Und das finde ich nochmal wichtig, dass das einfach für eine bestimmte Gesellschaft häufig einfach gar keine Option ist, weil eben Geld da doch eine große Rolle spielt. Herr Neumann. Ja, wir sind ja hier bei 40 Jahre auch Begabtenförderung. Ich hatte ein Beispiel, ich will es mal nennen jetzt. Das war im Februar diesen Jahres beim Auswahlausschuss in Gummersbach. Wir hatten, ich war in einer Prüfergruppe, da war ein junger Mann, ich glaube, der kam aus Bayern auch. Jedenfalls muss man ganz kurz zu seiner Geschichte. Der Großvater, Elektromeister, Vater, Maurermeister, Mutter, Hausfrau zu Hause. Er selbst war auf der Hauptschule, Durchschnitt 4,0. So nach dem Motto, Junge, du wirst auch Maurermeister oder was auch immer. So, der hat sich dann wirklich, wie man so schön sagt, würde ja zu weit führen, wenn ich alles erzähle, aber er hat uns das wirklich erzählt und ist jetzt Student in Berlin. Ein richtig guter Student, wird auch gefördert über die Stiftung, weil er, glaube ich, auch gezeigt hat, dass er als Persönlichkeit, wirklich nicht, weil er diesem Klischee oder diesem Milieu angehört, sondern er hat sich tatsächlich selbst mit seinen Möglichkeiten, wie gesagt, auch gegen den Rat der Eltern oder der Mutter, des Vaters, sich wie gesagt daraus entwickelt und ist jetzt tatsächlich jemand, der sich wirklich, ich habe mich mit ihm jetzt mal getroffen, auch in Berlin, weil ich dann noch viel mehr wissen wollte von ihm, er hat sich da wirklich von dieser Situation dann herausentwickelt und das war für mich so ein klasse Fall, wo ich gesagt habe, genau diese jungen Menschen, die verdienen dann auch Unterstützung, auch durch Stiftungen oder auch durch andere, die dann sowas fördern können. Also ein klassisches Beispiel von Freiheit und Verantwortung. Wir hatten aus dem Publikum noch mindestens zwei Fragen. Ich weiß, der Herr hier vorne wollte gerne noch eine stellen. Wir müssen es auf vier leider begrenzen, weil wir die Zeit schon relativ weit fortgeschritten sind. Guten Abend, mein Name ist Wacker, ich bin vom Beruf Patentanwalt, möchte daher auch gerade nach diesem Paradigmenwechsel von der Industrie zur Wissensgesellschaft das Thema Innovation nochmal ansprechen und dann die Frage, was sind die Bildungsbarrieren, dass wir seit 14 Jahren in Deutschland rückläufige Patentanwalt Sendermeldezahlen haben. Das zeigt doch, dass hier größere Probleme sind. Es beginnt letztendlich bei der frühkindlichen Bildung, dass hier die Chancen von jungen Leuten gar nicht erkannt werden, von den Lehrern, nicht gefördert werden, nicht erkannt und nicht gefördert werden. Grund, die schlechte Lehrerbildung. Deshalb hat man an der Technischen Universität München zum Beispiel für die MINT-Fächer Extra-Lehrerbildung eingerichtet, aber es werden Generationen von Schülern vernichtet in den Gymnasien, die eigentlich geeignet wären, um Naturwissenschaften zu studieren, weil es kaum oder gute Mathematik, Physik, Chemie und so weiter Lehrer gibt. In Amerika machen zum Beispiel 25 Prozent der Mädchen einen Ingenieurabschluss. Also es liegt nicht daran, dass man sagt, männlich, weiblich, sondern es liegt an der Förderung. Wir haben dann das Problem nach der schlechten Gymnasialzeit, dass es keine Berufseignungstests gibt, um den Eingang in das Studium zu wählen, um zu wissen, für was ist man eigentlich geeignet, um dann zu studieren und die Abgängerzahlen zu reduzieren. Und dann haben wir natürlich das gleiche Problem, jetzt mit dem doppelten Abiturjahrgang, dass zwar die Studenten reingelassen werden, aber mit unfairen Methoden wieder rausgeprüft werden. Also hier wird ein ganzer Abiturjahrgang im Moment verheizt, was auch nicht in Ordnung ist, sondern da werden die Professoren gefragt, hier auch ein bisschen mehr auf diese doppelten Abiturjahrgänge Rücksicht zu nehmen und letztendlich dann auch im Studium das ganze Thema Innovation ausgeblendet wird. Selbst wenn dann ein junger Mann abschließen will, dann kriegt er keine Förderung, nur 10% der Hochschulerfindungen werden gefördert, 90% werden zurückgegeben. Vielen Dank. Zwei Fragen schaffen wir noch und dann müssten wir leider wirklich schon schließen. Einmal hier hinten, der Herr hatte sich vorhin auch schon gemeldet. Also mein Name ist Günter Gauss, ich bin Tierarzt und Biologe, derzeit im Ruhestand und ich habe zu der ganzen Diskussion jetzt zwei Anmerkungen zu machen. Aus beruflichen Gründen hatte ich es ja immer zu tun mit bildungsfernen Leuten und kenne also die Argumentation in diesen Familien sehr gut. Man hat ja einen engen Bezug zu seinem Klientel. Warum also zum Beispiel jetzt das Mädchen nicht zum Studium kommt oder der Sohn nicht studieren darf? Das Problem beginnt in meinen Augen viel früher und zwar aus zwei Gründen. Der eine Grund ist der, dass die Eltern Angst haben, ihr Kind zu verlieren. Meine Tochter soll ja meinen Hof erben. Wenn die jetzt studiert, dann redet die ja nicht mehr mit uns. Das ist eine Antwort, die man da kriegt. Nur als Beispiel. Oder auch, das Mädchen geht jetzt, das ist ein Beispiel aus meiner Verwandtschaft, das Mädchen geht jetzt seit einem halben Jahr aufs Gymnasium. Dann ist irgendein Familienfest. Die ganzen alten Weiber, Entschuldigung, wenn ich so despektierlich daherrede, stecken die Köpfe zusammen. Das arme Kind, das muss ja so viel lernen. Das kommt ja zu nichts. Ein solches Kind soll dann irgendwie angestachelt werden, sich in der Schule Mühe zu geben. Die kriegt doch von zu Hause die Mitteilung, wenn du dir Mühe gibst, dass du gute Noten schreibst, dann bist du dumm. Also das geht jetzt in die Richtung, ist der Bildungsaufstieg aus Elternsicht überhaupt erstrebenswert? Und, äh, ja, ich habe es hier mit, ja, so will ich das nicht sehen, sondern ich will das sehen aus der Sicht des verantwortlichen Kulturpolitikers. Die Diskussion muss an einer anderen Stelle geführt werden, nämlich diesen bildungsfernen Schichten nicht immer mitzuteilen, dass eine Schulbildung und alles, was dazugehört, eine akademische Ausbildung, ich habe zwei Studien, ich weiß, wovon ich rede. Also, auch eine Stärkung des dualen Systems. Ich bin gelernter Handwerkermeister. Ich wollte es nur noch mal kurz zusammenfassen. Eine dritte Frage, vielen Dank, eine dritte Frage, ach, nicht so viele jetzt auf einmal, das ist doch unfair. Ich möchte gerne die Dame in der dritten Reihe, wenn sie noch möchte, weil sie haben sich die ganze Zeit schon gemeldet. Da ist das Mikrofon. Ich freue mich, dass ich heute bestätigt bekommen habe, was ich eigentlich mein ganzes Leben schon denke. Dass man Kinder gar nicht überlassen kann, je kleiner sie sind. Sie lernen ja in einem Jahr eine ganze Sprache, sie brauchen kein Lexikon, sie brauchen nichts und sind ganz wild drauf, was zu lernen. Also, meine Enkelin kommt jetzt ins Gymnasium. Man muss ihr erklären, wo sie hin will. Und ihr Bruder steht daneben, der ist sieben Jahre und weiß es auch nicht. Ich sagte zu ihm, und in welches Gymnasium willst du dann? Willst du auch in eines gehen, wo Geisteswissenschaft vorherrschen? Dann sagt er, ja sicher werde ich auch dahin gehen, wo meine Schwester geht. Habe ich gesagt, du musst dir schon selber überlegen, was du mal machen willst. Dann hat er gesagt, ich habe dir ja schon gesagt, ich kaufe dir einen Bugatti und den möchte ich aber vorher konstruieren. Da habe ich gesagt, da musst du aber in ein Gymnasium gehen. Hat er gesagt, gell, wo man viel Mathematik machen muss. Das klingt jetzt schon, geht schon in Richtung Hochbegabung. Damit wären wir auch wieder beim Thema. Herr Hanni, darf ich das an Sie gleich weitergeben, die Hochbegabung? Da kommt er ganz nach mir, denn ich bin ein Arbeiterkind. Ich bin ein Arbeiterkind und ich hätte mich nicht in eine Volksschule tun lassen nach der vierten Klasse. Ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt und meine Eltern, die wussten, sie haben keine Chance. Ich wollte auch ein Musikinstrument lernen. Geben Sie uns noch die Möglichkeit, die Frage zu beantworten. Sonst sind wir nämlich... Vielen Dank. Also das ist schön, dass Sie deutlich machen, wie viel Energie auch in Kindern steckt, die auch merken, dass sie was können. Wenn sie dann in Kontrast ins Elternhaus geraten wird, schwierig. Wir haben das lang schon bestätigt, eben durch unsere OECD-Studien, dass tatsächlich diese Schichtabhängigkeit der Bildungswahl oft durch die Eltern auch tatsächlich aktiv herbeigeführt wird. Rheinland-Pfalz war das so ein besonders starkes Negativbeispiel, dass die Eltern zum Teil gar nicht wollen, dass die Kinder eine höhere Bildung einschlagen. Was kann man da tun? Berufsorientierung ist nicht nur ein Schlagwort, sondern wo viel gemacht wird. Augen öffnen für auch ungewöhnliche Karrieren. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung macht viele Initiativen. Da gibt es wunderbares Material. Und auch Aktionen, Aktionstage, wo also gerade auch für Mädchen sehr viel gemacht wird. Und es gibt, und da muss ich auch Vorredner widersprechen, ganz hervorragende Berufsorientierungstests für die Zeit vor dem Studium. und zum Einstieg ins Studium. Da gibt es also gerade in München ein Institut, ich will den Namen nicht nennen, das ganz hervorragend, also auch psychologisch und auch von der Auswärtigen ganz perfekt arbeitet. Eine große Versicherung, die auch hier in München sitzt, macht auch ganz, ganz tolle Sachen. Also es gibt da wirklich gute Instrumente. Es müssten dann allerdings die Lehrerinnen und Lehrer auch geschult werden, das anzuwenden. Und dann, und da fehlt es, also wir haben selber, das ist einer meiner Forschungsschwerpunkte, da fehlt es, dass die Lehrerinnen und Lehrer dann nicht die Zeit haben, individuell noch einmal mit den Schülerinnen und Schülern zu reden. Die suchen das persönliche Gespräch und dafür ist in der Schule dann oft nicht die Zeit. Aber auch hier, die Instrumente wären da, die Problemlagen sind erkannt, es ist vieles möglich, aber oft fehlt es dann einfach an den Ressourcen. Das Buffet, höre ich, ist schon gerichtet. Wir sind aber trotzdem noch ganz kurz bitte hier beim Thema. Wir haben nämlich noch offene Fragen. Herr Neumann, Sie wollten noch etwas zu der ersten Frage sagen. Noch mal ein Stichwort, also Hochbegabung. Es ist in der Tat so und da verrate ich kein Geheimnis. Das Thema Hochbegabung und Elite ist ja ein Wort, was so im allgemeinen Sprachgericht, zumindest im politischen, nicht so die Rolle spielt und wir haben als Fraktion, zwei Kollegen sehe ich hier im Raum, wir haben also das Thema Hochbegabung tatsächlich auf die Agenda genommen. Immer wenn Sie einen Schulleiter fragen, ob denn in der Schule jemand hochbegabt ist, werden ihn viele nennen, haben wir nicht. Das Problem ist, Hochbegabung zu erkennen und zu fördern und wir als Fraktion machen das jetzt, das Stichwort Lehrerbildung. Sie wissen, wir hatten letzte Woche eine Beratung bei uns in der Fraktion genau zu dem Thema. Halte ich für unendlich wichtig, zu erkennen, also Lehrer auszubilden, die dann damit umgehen können und es zu fördern. Das kostet auch Geld, aber ich glaube, wir müssen uns in der Gesellschaft genau dieser Fragestellung öffnen und wie gesagt, wir als Fraktion machen das. Das wollte ich an der Stelle noch mal loswerden, weil es ganz, ganz wichtig ist. Dann sind wir fast am Ende. Ich würde nur gerne von Ihnen allen, also auf dem Podium sitzenden einen Satz noch hören. Einen Satz noch hören. Worüber werden wir zum 50-jährigen bestehendes Begabtenförderungswerkes reden? Was ist in zehn Jahren das Thema? Sind wir noch bei den gleichen Sachen oder haben Sie eine Idee, was es sein wird? Jeweils bitte wirklich ganz kurz, wir fangen einfach der Reihe nach einmal durch an. Auch ein Statement. Okay. Wir werden nach wie vor Veranstaltungen machen zum Thema Aufstieg durch Bildung, aber wir werden kein Ausrufezeichen dahinter machen, sondern ein Fragezeichen, denn ich bin davon überzeugt, dass die Internationalisierung der Arbeitswelt den politischen Glaubenssatz der liberalen Bildung gleich Aufstieg zunichte macht. Also wir werden in Deutschland auf jeden Fall über die weitere Differenzierung reden müssen. Wir brauchen jeden Menschen, auch rein demografisch. Das heißt, wir müssen jeden dort abholen, wo er ist. Das heißt also, Bildungschancen für alle an jeder Stelle, wo junge Menschen eben zu holen sind. Das wird die Diskussion sein. Frau Urbart. Ich hoffe, dass wir uns zum 50. darüber freuen können, dass Sie viele Stipendiatinnen und Stipendiaten haben, die aus nicht-akademischen Familien kommen und als erstes in ihrer Familie studieren. Und vielleicht reden wir ein bisschen umfassend, als das heute möglich war, über die tollen Leistungen der Begabtenförderung in der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Sie haben ja gehört, ich konnte eine Evaluationsstudie machen. Die Geschäftsführer zweier anderer Stiftungen haben, glaube ich, den Raum verlassen inzwischen. So, dass ich sagen kann, die Friedrich-Naumann-Stiftung ist wirklich gut in diesen Dingen. Herzlichen Dank für dieses wunderbare Schlusswort. Wir haben jetzt auch noch genug Gelegenheit, auf die Naumann-Stiftung und die Begabtenförderung der Naumann-Stiftung anzustoßen und in vielen kleinen Einzelgesprächen die Leistungen der Naumann-Stiftung herauszustellen. Ich danke Ihnen allen. Einen schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.